Nach dem Erdrutsch-Sieg von Italien, als die Rechten gewonnen haben, haut der Merz einen raus und wirft allen Ukrainern Sozialtourismus vor. Also kannst du dir nicht ausdenken, was hier gerade passiert? Oh mein Gott! Millionen Ukrainer fliehen vor Krieg, als Russland ihr Land angreift. Ein Teil von ihnen sucht den Deutschland Schutz. Oppositionschef Merz unterstellt ukrainischen Kriegsflüchtlingen nun einen Sozialtourismus. Seine Worte lösen Entsetzen aus. Also die hohen Auslastungen bei den Flixbusreisen nach Kiew, egal ob es jetzt von Berlin ist oder Stuttgart oder München oder irgendeiner anderen Großstadt aus Deutschland, die könnten ja schon ein Indiz für Sozialbetrug sein. Aber Herr Merz, das dürfen Sie doch nicht so laut sagen. Also bitte! Ich meine, natürlich könnte es naheliegend sein, denn laut Hintergrund von Merz, anfangs hatten Ukraineflüchtlinge Anspruch auf Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Seit Juni erhalten sie Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Sei ihnen gegönnt, oder? Aber wir merken, es bröckelt innerhalb der CDU-CSU-Fraktion, denn der Söder, der fordert jetzt eine Brandmauer gegen rechts, wegen dem Italienergebnis. Ob er damit auch seinen Kollegen Merz meint? Übrigens, ich glaube, es gibt niemand, der öfters nach Kiew reist als unsere Politiker selbst. Sind Sie nicht die wahren Sozialtouristen?